Gegen Barack Obama und Nelson Mandela, Junge. Junge! Ich wusste nicht, dass die StarCraft II spielen. Aber jetzt, wo er im Ruhestand ist, natürlich, kann der Barack mal schön Baracken bauen. Sehr gut, los geht's. Wir haben heute wieder auf Spiegel.de bei StarCraft II. Heute auf Spiegel.de war wieder eine große Zusammenstellung der schlechtesten Witze. War wieder schlecht. Haben wir hier mehr Mineralien? Wir haben hier gefühlt, dass es so viele Mineralien fällt. Aber es liegt daran, dass die in drei Teile aufgeteilt sind und nicht in zwei. Ja, da ist so viel Platz zwischen denen, sodass wir hier viermal zwei Mineral-Patches nebeneinander haben. Und es sieht irgendwie so anders aus als auf vielen anderen Maps. Ich habe nicht gewalt übrigens. Ach, wir spielen alles Protoss. Ja, vierfach Protoss auf dem Start. Ich glaube, alle wissen, worauf das hinausläuft. Geh mal auf den Stargate. Ja, könnte man machen. Guck mal, meine Probe fährt über so einen schönen Steinweg. Warum ist hier so ein random Steinplattenweg verlegt? Weißt du, wer die Map gemacht hat? Der Hersteller von Insel auf Belchir. Ich dachte hier, der Typ vom Up ins Beet, der immer Betonplatten mag. Was sind das denn hier eigentlich für Vincrams? Die kannst du gut wallen. Machst du eine Barracks, finde ich schon gut. Gegner wallen übrigens, könnten aber auch Proxien. Es sind nur Pilates bisher gesehen worden. Oder sie haben schon geaxed. Der hat ganz wenig Probes. Das wird ein All-In wahrscheinlich. Alles auf Risiko. Ja, dann reicht der erstmal eingassen. Kann man hier irgendwo... Scoute mal mit einer Probe, bitte durch unsere Base. Warum... Machen wir das? Einfach mal ganz viel Shift klicken mit der... Oh, die Probe ist hier. Nimm mal das zweite Gas. Und das erste musst du auf jeden Fall mal nehmen. Du hast immer noch nicht das erste genommen, Sarok. Doch, ich hab da hingedrückt, aber die machen halt halt nicht. Ja, bei mir war das auch gerade schon. Das war sehr komisch. Ich hatte das auch. Ich hab zweimal aufgeklickt, das hat nicht funktioniert. Hacker! Ich hab noch nicht geaxed wegen der Ansage. Ich auch nicht. Was kann halt auch sein, ich hab die Echsen nicht gesehen. Wenn ihr eine Nexus First gespielt habt, bei dem anderen hätte ich es gesehen, bei dem einen aber nicht. Einfach zwei Schildbatterien hier, wenn ihr noch gut ist. Wenn der geaxed hat, dann ist alles okay. Was ich aber wirklich brauche, ist mein zweites Ghost? Kann ich jetzt Echsen? Nee, ne? Aber der hatte eigentlich ziemlich wenig Probes. Hier, die haben einen Cannon gebaut. Das könnte auch sein, dass die nichts können. Ja, es sieht so aus. Er hat unglaublich viele Cannons in seiner Main Base. Aber bei dir könnte ein Cannon Rush noch kommen, das ist wieder eine Probe hingefahren. Da musst du gleich gucken. Ja. Cannon hat unten gebaut. Ja, einfach Probe killen. Probe ist tot. Und jetzt am besten die Pilons nicht mit den Probes draufgehen. Probes zurückziehen und aus sicherer Entfernung auf den Pilon schießen. Sell it! Warum hast du jetzt noch mehr Probes gepullt? Weiß ich nicht, weil der Waypoint jetzt da ist. Und an die Main Base stellen, damit kein weiterer Dingens dahin kommt. Wobei, wir können vom... Bleib, stelle durch mal die Main Base und guck, dass du keine Probes durchlässt. Main Base ist hier, die rampt da oben, ne? Während ich die Cannons von oben abräume. Ja, würde ich sagen, Cannon Rush hat gefailt, ne? Ja, weil wir das erste schon... den ersten Ansatz schon gesehen haben. Und wenn der erste Ansatz scheitert, dann ist der zweite halt noch viel schwächer. Oh Gott, ich hab den Kyomu gemacht. Hast du keinen Warp Gate angerückt? Ja. Du hast Chrono Boost 78 Mal bestimmt, oder? Nee, hab ich nämlich für die Adepten genutzt, weil da kam ja was an. Ja, ich bin scheiß. Habe ich bisher gewohnt. Alles gut. Kann ich langsam auch exen? Ja, ja. Ich hab schon eine Exenbar. Allerdings auch schon ein Oracle auf dem Weg über die Map. Und mein Warp Gate ist durch, ja. Ja, ich weiß. Ach ja, ich kann ja gar nicht wirklich angreifen, weil er ja überall 78 Cannons gebaut hat. Ich erinnere mich. Eigentlich müsste der klar gewesen sein. Trotzdem kriege ich sechs Kills. Okay, es sind nur drei, aber vier. Na gut, du bist doch Profis. Okay, er ist wieder zurückgefahren. Fünf. Was machen die denn? Sechs. Da ist nochmal ne Pro-Union Worker rausgefahren. Mach hier noch ne Shield-Batterie hin. Oh, das mit dem Warp Gate, das ärgert mich jetzt richtig, ey. Da mach ich den Kyomu. Und der Kyomu macht schon keine Fehler. Oh, ich hab ne gut die Schleife. Dafür reicht die Energie nicht. Ist auch schön. Ja, so ein bisschen Schleifchen machen, ist immer schön, ne? Ja, ne? Ja, Immortal auch. Ne, nicht Immortal Warp. Ich versuche den hier sonst noch so rund. Versuche mit dem Oracle Air zu scouten. Cybercore auf dem Weg. Unglaublich viele Cannons, wie gesagt. Cybercore jetzt schon? Das wird gefährlich. Ja, tatsächlich war er noch nicht für durch. Jetzt ist er gerade durch. Ich hab auch gleich Warp Gate. Also, es ist völlig egal, dass du keinen Warp Gate hast, weil Nelson Mandela ist auch nicht so dafür. Nelson Mandela mag Kanonen. Spiel mal gegen... 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 Kyomu? Kyomu mag Kanonen. Kyomu mag kein Warp Gate. Es ist eine Aussage, die wirklich stimmt. Der mag das wirklich. Das hat mal gesagt, weil der vergisst er immer. Oh, Pylons. Gute Idee. Ich hab so viele Minerals. Ich bin so gut, ey. Wenn du nur zu viele hast, dann einfach eine dritte. Die werden in naher Zukunft nicht angreifen. Ich werde auch versuchen, gleich auf eine dritte zu gehen. Ich wollte gerade sagen, da habe ich mal Anschiss von einem professionellen StarCraft II-Spieler gekriegt. Man macht nicht Maß-Explosion. Ja, wenn du halt am Anfang keine genommen hast so früh, kannst du das machen. Nee, hab ich nicht. Aber du Zerg ist sowieso. Ja, Zerg ist ja... Zerg ist ja... Different Beast of the East. Beast of the East. Ah, jetzt stimmt. Die StarCraft II-Spieler ist jetzt zeitig begrenzt. Dann nutzt das gar nicht ganz so viel. Das habe ich vergessen. I returned to Surf. Get to the Joker. Also, wenn du zu viele Ressourcen hast, kannst du mir gerne was abgeben. Ja, ich habe 400 genau. Ja, vor allem auch Gas. Ja, ich habe 600 Euro. Kann ich wirklich hören. Ich brauche im Moment gar nicht so viel Gas. Dann könnte ich nämlich ein Blit-Beat schon bauen. Jetzt mal die Hälfte meines Gases haben. Ja, man hat so nett. Blit-Beat noch am Weg. Du hast gesagt, die sind nicht so gut. Das ist so. Ja gut, sie haben halt versucht zu Kenanrush und sind daran gescheitert. Apropos, gegen die Tees absichern. Weil, wenn behind dark shrine. Stimmt. Oh, ein paar Ops-Servers. Ich kann auch nicht nach vorne fliegen und scouten, weil der hat da ganz viele Kennenzeichen. Ja, ich versuche mit Revelation mal was zu machen. Hier ist eine Probe im Watchtower. Eigentlich, eigentlich habe ich doch gefühlt, die haben die Bases vorne nicht genommen. Immer noch ist kein Gateway ausgeklappt. Also es könnte sein, dass sie auf R gehen hinterher. Haben einen Phoenix. Ja, ist ein echter Phoenix. Aber ein Phoenix ist nicht so schlimm. Kann ich mir im Plan allerdings mit dem Verwerf schon. Lass doch mal draufgehen vorne. Nö, nö, ich gehe auf dem Wasser. Achso, ich habe nichts jetzt so richtig. So, Mothership aber jetzt direkt aus dem Dingens, ne? Keine Ahnung. Ich dachte, das gibt es nicht mehr. Doch, nur kein Mothership Core. Ich glaube ja auch schon früher ein Mothership und ohne, dass es Mothership Core gab. Ja, Mothership ohne Core, das ist so wie Nougat-Stangen ohne Nougat. Das ist der Quatsch. Uns fehlen Mineralien. Mothership ohne Nougat. Was ist denn Mothership ohne Nougat? Das sind so Plätzchen. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Mothership. Wir brauchen ein bisschen mehr Mothership. Naja, auf jeden Fall haben sie kein Warpgate ausgeklappt. Vielleicht hasst sie auch einfach Warpgate. Aber es war auch nichts in Produktion. Dementsprechend. Man könnte meinen, sie sind Gjormun. Gjormun macht das ja nicht, weil das wäre ja ein Fehler und Gjormun... Ich habe ihn auch gelaufen. Bei dir? Äh, White Race. Hast du mal mit dein Phoenix ist der was machen? Ja, aber gegen First Medical Alignment kann ich da auch nicht helfen. Sie brechen durch. Mein Nexus. Warum hat er nicht mehr gerevelationed? Er hat sich gerecalled und dabei gefailed. Und hat alle White Race verloren, ne? Nein. Ich bau mal die Echse nach. Ich bin ja wohlhabend. Wir müssen vorne jetzt aber draufgehen, Herr Griechstein. Nö. nichts mehr zu holen. Und dann verlieren wir halt. Ja, ich weiß nicht. Geh doch auf Arkins. Die Idee ist überragend. Upgrades nehmen wir jetzt auch mal. Da sind wir wieder zeittechnisch genau richtig dafür. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas herrenbocken. Arkins braucht noch nie zumalgas. Das ist schon 2-2 auf meine Luft einhalten. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Mortal Drop spiele. Aber das hätte ich nach der Mars Air Ansage, nach der Mars Air Ansage. Ja, das wäre nicht so schlimm. Dich Idiot. Warum hast du denn jetzt da einen Nexus? Ja, ich dachte da... So. Mars Exe jetzt einfach. Frag nicht mehr, kriegst frei. Du hättest doch deine Armee einfach zu dem Nexus hinkollen können, ne? Das wäre schlau gewesen. Ja, weil ich das so gut weiß. Kann das ja so gut das neue StarCraft. Ja, aber deshalb sage ich dir ja jetzt an, was sinnvoll gewesen wäre. Ja, ja, jetzt ist es aber zu spät, ne, übrigens. Ja, aber beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Das stimmt. Ich glaube, viel mehr Gas. Storm macht überhaupt kein Sinn. Hast du noch weitere StarCrafts gebaut? Storm macht sehr wohl Sinn. Gegen Mars Air macht Storm immer Sinn. Nein, ja, aber da treffe ich nichts mit. Das ist nicht schwer zu treffen. Da ist ja nichts da. Also, du kannst ja eigentlich nur treffen gegen Mars Air. Wie willst du denn da nicht treffen? Die Frage ist, was macht der andere? Wahrscheinlich ist es ähnlich. Vielleicht waren das sogar beide vielleicht? Ein Upgrade ist complete. Ich gehe mal ein bisschen hier ab. Chronoboost! Worker bauen! Ins Gas gehen! Da kommen sie. Wo ist denn da? Wo ist denn da? Das war nur eine Probe. Carrier. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wieso? Ich habe auch Carrier. Ach so. Dann habe nur ich ein Problem. Die Frage ist halt, ob du mich irgendwie supporten kannst. Am besten mit Storm. Und wenn du Gas überhast, kannst du mir auch was geben. Ich brauche selbst Gas, so viel wie geht. Aber ich habe... Ja, vier Leute im Gas ist eine Quatschidee von euch. Ich habe relativ viele Bases genommen. Das ist der Nachteil. Das hätte man nicht genommen. Eigentlich hättest du halt auch auf Mars Air gehen sollen. Ich verstehe auch nicht, warum du nie auch auf Mars Air gehst. Weil du es dir angekündigt hättest. Das ist langweilig. Ja, aber du weißt doch, dass die anders auch machen. Ja, aber die können ja nichts. Ja und? Du kannst doch dann einfach mal weisen, dass du das kannst. Bei mir, in der Main. Nein, jetzt habe ich da kein Recall-Möglichkeit. Das ist die Natural-Närmung. Du hast auch Carrier, ne? Ey, du machst das. Ja, aber mein Nexus ist jetzt tot. Ja, Nachbauen. Nachbauen und Gutes. Nachbauen und Gutes. Nimm nicht den Nexus, den ich genommen habe, aber... Fünf von drei im Gas. Das ist natürlich auch... Wie viel Supply hast du? 133. Das ist ja gar nichts. Was hast du denn gemacht? Recall, 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 Recall. Du hast jetzt nichts ausgewählt. Du musst schon deine Armee auswählen zum Recallen. Du hast jetzt alles, was unter dem Nexus stand, gerecalledt. Das war natürlich gar nichts. Das war ja nicht so schlau. Ach, ist das scheiße. Ja, Recall ist... Das war ziemlich unschön. Zairok. Ja, wirst du machen, wenn der Mothership-Call war, das hat kein Problem gewesen. Aber so, der Code-Recall... Zairok, nach vorne. Und rät nicht so viel Stuss. Einfach pushen jetzt. Wo bleibst denn du? Du hast ja auch nichts, ne? Nach vorne ist da. Wo geht denn hier genau nach vorne? Okay, meine Base-Defend. Jetzt rät schon vorne. Nee, du bist nicht vorne. Du bist auf halbem Weg zwischen vorne und hinten. Okay, lass uns... Egal. Du defendest, ich greife ein. Ich probiere es zu defenden. Ja, er fliegt aber wieder weg. Verschleicht zu deiner anderen. Oh, der Recall wird dann abgebrochen. Das ist aber unschön. Ja, im Base-Trad, ne? Ich bin gerade die ganze Zeit einfach im Kreis, oder was machst du? Ich bin gerade hinten. Ja, hier. Ja, jetzt. Die Carrier sind noch hier, also... Ja, die Voidways sind alle tot. Okay, die Carrier sind noch hier bei dir. Die kommen wahrscheinlich jetzt zu dir. Ja, wäre gut, wenn ich dann... Ja, wäre gut, wenn ich dann... Die kommen nicht sicher zu dir, aber ich glaube, die kommen zu dir. Du rennst immer noch im Kreis, machst du gut. Ich laufe nach vorne, ne, übrigens. Das ist wie zu sagen, Fußballspiele laufen rum. Oh Gott, nee, da wolle ich mich ein, da machen wir nicht. Einfach mal aus Pylons hierhin und gut ist. Ich komme jetzt zu dir, ne? Ja, wäre schön, wenn du das auch machen möchtest. Ja, die müssen aber alle einzeln durch den Gang gehen, weil, äh... Also, ich habe halt deutlich bessere Air-Upgrades. Das ist mein Vorteil. Aber irgendwann wäre es auch mal gut, wenn du da wärst. Wo rennst du denn eigentlich schon wieder hin? Ich bin da bei dir. Ich komme. Nein, das ist doch nicht der Weg, den du rennen solltest. Wo ist denn der Weg? Jetzt komm! Nicht immer hin und her rennen. So, mit Arkans einfach Attack-Move. Er hat sich gerecault. Jetzt weiter pushen. Nicht, die... Diese Natural ist uns völlig egal. Einfach pushen. In der vorne, Zyrok. Meine Templer kriechen jetzt auch hinterher. Aber ich habe einen Warp-Prism. Warum nutze ich das nicht? Dafür fehlt uns Bespiegel. Zyrok. Du musst nach vorne gegen die Carrier fighten. Die haben keine Detection, ne? Doch, doch. Ist umschneidend. Storm. Feedback. Und weiter stormen. Immer weiter stormen. Ich bin out of storm. Doch, eins, doch, eine. Es lebt leider noch ziemlich viel von ihm. Wäre schön, wenn wir die Carrier wenigstens noch rausnehmen würden. Na, mal gut, mach. Halt nur zwei geht's, ne? Ich habe kein Gas in Kamm gerade. Wenn du Gas überhast, dann sag mir Bescheid. Bisschen. Sollen wir weiter pushen? Ich habe halt fünf Carrier. Ich bin noch vorne drin. Okay. Die Tempests sind noch... Aber ich bin noch vorne drin. Ich hau ihm hier gerade die ganzen Cyber Corps und so scheiße weg. Ich nehme mal die Base raus. Da ist noch ein Tempest. Der Tempest wird das nicht überleben. Da ist noch ein Stargate. Da kann man auch mal draufgehen. Ja, das ist gut. Wenn du die Corruption rausnimmst, ist gut. Ich komme jetzt auch mit den Carrier dazu. Die Tempest sind noch da. Die Tempest sind noch nicht alle tot. Wo denn? Ich weiß nicht. Die sind nach unten geflogen. Irgendwohin. Weil das wäre gut, wenn... Also gegen... Die Carrier machen halt Bonus-Schaden. Das ist halt unschön. Hier sind Stargates. Sarah, komm mal bitte hier zu dieser Base. Wir müssen hier rauf. Da sind hier auch die Tempests. Ja. Also wenn er nur Attack-Move schießt, ist alles okay. Solange er nicht Fokus-Fight auf mich... Ich fokuse die Carrier! Jetzt Fokus-Fight auf mich. Da muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Weil der one-shottet meine Carrier. Vielleicht können wir mal eben das Feed-Biegen raus. Ich fokuse die Carrier. Carrier sind gefokust. Tempest-My-Ock kaputt. Alles gut. Ach komm, ich drück jetzt einfach mit Dingens durch. So, jetzt haben wir auch genug. Er baut ein Mothership da aus dem Nexus, ne? Aber selbst wenn es durchkommt, ist ja egal. Ja. Ich drück jetzt einfach mit Stalker durch. Sehr schön. Ja, das Gute daran war, er konnte halt meine Tempest one-hitten durch den Bonus-Damage gegen gepanzerte Ereinheiten. Aber das hilft dir natürlich gegen Stalker überhaupt nichts. Also Tempest gegen Stalker sind halt machtlos, wenn sie nicht ihre Reichweite ausspielen können. Das stimmt. Ich hatte Blink. Ich hab auch meinen Zahlrohr gerechtes Blink gemacht. Deshalb war das gut wahrscheinlich, dass du so supportet hast und nicht mit er. Ansonsten selber auch Tempest oder eben auch Phoenixes noch mehr gebraucht. Nelson Mandela hat ab Minute 14,5 gar nichts mehr gemacht. Ja, ich hab die Void-Race abgeräumt. Er hatte halt komplett Void-Race. Und du siehst, wie wenig ich gedroppt bin. Void-Race gegen Carrier sind relativ eindeutig. Und Mothership war auch noch drunter, wobei er, glaube ich, Ken es drunter hatte, um aufzudecken. Naja, hat ja funktioniert. So solltest du aussehen. Gott sei Dank. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr bis zur Folge klicken. Und da ist ein anderes Projekt von mir. Und da wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.